Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das gestohlene Tagebuch anzunehmen bei Quelline Whitebeard in Dunmaroc, das Cold Witch Tal, an dieser Position. Die Vorquest ist die Trollhöhle. Nehmt die Quest mal an. Falls ihr die Quest beobachten wollt, müsst ihr das aktivieren. Questlog und Shift-Links-Klick. Nun darf man einen Mob töten, der dieses Tagebuch droppt. Dazu muss man sich durch eine Höhle kämpfen, nämlich die gleich hier in der Nähe. Hier, wenn ich die Map aufmache, sieht man sie. Das kann jetzt ein bisschen dauern, aber dadurch seht ihr auch den Weg in der Höhle, wo ihr entlang müsst und nicht ewig im Kreis laufen vielleicht, weil ihr zum Beispiel den Mob vielleicht verpasst habt und er nicht da ist. Und dadurch denkt ihr vielleicht diese weiter, vielleicht noch weiter und weiter und etc. Ich versuche mich da plott durchzukämpfen. Solltet ihr Fragen haben oder Kommentare geben sie unter das Video. Wenn ihr kein YouTube-Account habt, könnt ihr das auch auf Facebook machen, falls ihr solch einen Account habt. Habt nämlich eine Facebook-Seite. Link dazu findet ihr im YouTube-Kanal-Banner. Und dort könnt ihr auch Kommentare posten, Anregungen, Kritik, etc. Was euch so einfällt, sollte halt ein bisschen was mit WoW zu tun haben. Und hier in der Höhle werde ich mich links halten, komplett, weil das ist der direkte Weg zum Mob, soweit ich weiß. So, Mana leer. Dann sauf ich mal ein bisschen was. Das sollte nicht allzu lange dauern. Ich werde jetzt ein bisschen mehr den Büchdel kämpfen lassen, damit ich Mana sparend vorankomme. So, zwei Gast sollten genügen und dann mit dem Dolch. Wow, ich quitte schon mit fünf. Habt ihr das gesehen? Total, total. Wie viel Platz habe ich noch? Ich glaube, ich habe genügend Platz. Weil, ihr dürft nicht vergessen, ihr müsst das Buch looten. Also, nicht einfach Mob töten und hinauslaufen. Das wäre nicht so clever, weil ihr dann nochmal durchkämpfen müsst. Ja, das funktioniert mit Mana sparend. Also, zwei Gast, zwei Zauber und Wichtel und dann mit dem Dolch. Geht gut voran. So, weiter geht's. Oh, Wichtel angreifen lassen. Ah, jetzt ein Zauber wäre nicht so gut. Okay, ich bin Stufe 5. Der ist 2. Der greift mich nicht an. Ich hoffe, das bleibt so. So, ich habe ihn dennoch ein bisschen im Blickfeld. Sollte euch das Video helfen, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo freuen. Das motiviert mich auch, Weitwegquests aufzunehmen und hochzuladen. Ich hoffe mal, das ist auch in eurem Sinne. Und hier seht ihr den Mob, der dieses Buch droppen tut. Also, er tut es zu 100 Prozent. Das läuft dann nicht vorbei. Sehr gut. So, Buch gelootet. Und ich töte jetzt mal den Mob, bevor er was anderes addet und er mir im Weg ist. So greift er nicht dran. Hallo, Wichtel. Ah, ich glaube, er braucht auch Mana, ja. Das kann sein. Und jetzt einfach an dem Mob vorbei, hoffe ich. Ja. Und hinaus. Halte mich jetzt auf dem Rückweg auf der rechten Seite. Und den hier werde ich töten müssen. Ich hätte auch vorbei laufen können, aber okay. Gibt halte B. So. Und jetzt laufe ich einfach durch. Ich mag nicht mehr kämpfen, sonst dauert das Video noch länger. Ja. Ja, greift mich an. Ja, Leben sieht gut aus. Wunderbar. Gleich bin ich auch schon da. Oh, Wichtel ist weg. Ja, den beschwöre ich nachher. Egal. So, Quest ist abzugeben bei Gvelin Whitebeard. Bleibt auf dem Boden. Das Kult wird Stahl. In dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Bis dann wieder. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020